Musik Promi-Geflüster heute in Reutlingen zu Gast, unsere sozusagen Newcomerin, Newcomerin kann man wirklich sagen, Lena Laval. Sie hat dieses Jahr wirklich sozusagen ihre erste CD rausgebracht, im Herbst war das, Ende September und dazu sage ich mal Hallo und herzlich Willkommen. Hallo Frank, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne und wie gesagt, heute waren wir hier in Reutlingen beim verkaufsoffenen Sonntag, Mediamarkt. Du hast eine Autogrammstunde gerade gegeben, ein bisschen deine Titel vorgestellt und natürlich auch mit den Fans kommuniziert. Wie war es? Es war richtig, richtig schön. Also ich habe mich gefreut, ganz viele bekannte Gesichter auch zu sehen, ganz, ganz viele unbekannte Gesichter auch zu sehen. Und ich habe jetzt durchweg gerade positives Feedback bekommen bei der Autogrammstunde. Das ist eigentlich immer so das Schönste, die Menschen danach, die diesen oder jenen Song als Lieblingssong schon haben und ja, war echt schön. Sehr gut. Und Debüt CD, Debüt Album, was ist es jetzt für ein Gefühl, wenn man so ein Produkt jetzt draußen hat, dein Baby sozusagen? Ja, es ist verrückt. Also man arbeitet ja wirklich monatelang darauf hin, hört irgendwann mal die ersten Melodien, bekommt die ersten Texte. Es ist ja wirklich eine lange Reise, bis die mal im Studio eingesungen sind und irgendwann ist es dann so weit, dass man dann sagt, okay, da und da ist das Veröffentlichungsdatum und man schläft schon immer schlechter, je näher dieses Datum kommt. Und jetzt ist es einfach schon da und die Leute können es kaufen und hören und es ist echt, es ist wirklich eine Reise, es ist echt schön. Genau. Und von der Reise kommst du gerade auch zurück. Du warst nämlich gestern noch ganz weit Richtung Dresden unterwegs. Was gab es da Schönes? Ich war gestern in Bischofswerda. Das war eine geschlossene Veranstaltung. Genau. Und bin dann heute Nacht die, also ich war echt lange unterwegs. Ich war sechs, sieben Stunden unterwegs. Es war eine Vollsperrung auf der Straße. Aber okay, heute bin ich hier. Pünktlich und gesund bei uns angekommen, das ist das Wichtigste. Auch wenn es jetzt Verspätung gegeben hätte, gar kein Problem. Wir haben Zeit, wir warten auf dich. Genau, jederzeit. Aber du bist ja eh hier in der Ecke zu Hause in Stuttgart, glaube ich mittlerweile, gell? Genau. Deswegen heute hatte ich es überhaupt nicht weit. Ja, ich wohne in Stuttgart. Was gibt es denn heute noch zu tun? Nach dem Auftritt jetzt noch ein bisschen shoppen gehen, auch noch ein bisschen Reutlingen begutachten oder dann doch eher heim und relaxen noch? Also heute ist ab sofort jetzt noch ein Relax-Tag für mich. Genau. Meine Mama war heute hier. Das heißt, ich werde mit ihr auf jeden Fall noch den Tag verbringen. Ich bin ja auch nicht mehr so oft zu Hause bei ihr. Und von daher wird es echt jetzt noch ein Familientag. Richtig. Und zu Hause eigentlich auch in Baden-Württemberg. Das haben wir auch schon festgestellt. Nämlich in Sulz am Neckar, wenn ich es jetzt richtig drauf habe. Genau. Also so Rottweil die Ecke, ne? Ja, genau. Sulz am Neckar ist richtig. Und da gibt es, glaube ich, da haben wir uns vor ein paar Jahren über Facebook mal auch schon geschrieben und kennengelernt. Denn wir mussten feststellen, du warst auch schon bei Immerwürder Sonntags. Genau. Es ist schon einige Jahre her. Da war ich mal in dieser Newcomer-Hit-Parade, in dieser Sommer-Hit-Parade. Genau. Wie gesagt, es ist schon viele, viele Jahre her. Aber da war ich dabei. Ja. Sehr gut. Und das waren dann so die ersten Fernseherfahrungen, kann man sagen, schon. Natürlich, klar. Das war der erste, genau. Du hast recht. Das war der erste TV-Auftritt damals, ja. Okay. Und dann war ein bisschen Pause oder wie ging es dann weiter damals? Also so nach außen hin war schon Pause. Ich habe damals dann nach, immer wieder sonntags nach dem TV-Auftritt, Angebote bekommen von Managern, von Bookern, wurde angefragt und habe es natürlich abgewegt, mir auch die verschiedenen Verträge durchgelesen, mich auch mit dem einen oder anderen getroffen. Also es fand schon viel statt, was natürlich nach draußen jetzt eben, was eben nicht rausging. Und ich habe damals alles abgelehnt, weil ich so in mir die Hoffnung hatte oder diesen ganz großen Wunsch, es wird noch jemand kommen, der das noch so einen Ticken größer aufziehen kann. Und das war halt wirklich mein größtes Glück, dass es tatsächlich so kam und dass ich Olli Nova letztendlich begegnet bin. Und genau, das ist dann eben 2016 geschehen und seitdem arbeiten wir zusammen. Toll, tolle Sache. Und ich denke mal, dir wird doch eine gute Karriere bevorstehen. Ich bin mir sicher, weil die Titel, die Musik, die CD ist wirklich empfehlenswert. Wer sie nicht hat, unbedingt kaufen. Und ja, toller Popschlager. Also das geht richtig ab. Sehr modern, ja. Sehr abwechslungsreich. Das war mir auch wichtig. Oft ist es so, dass zwei, drei richtig gute Titel auf dem Album sind und der Rest mehr oder weniger dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Und mir war es echt wichtig, dass da viel, viel mehr Abwechslung einfach herrscht. Und das haben wir wirklich geschafft mit einem spanischen Song, mit spanischen Rhythmen, mit Elektrobeats. Ich habe einen richtigen Popsong. Ich habe auch was wirklich sehr typisches Schlager, Schlagerdeskes, eine schöne Ballade. Ein Song ist Freestyle. Also es ist so ganz, ganz viel los auf dem Album. Das finde ich einfach richtig cool und das war wirklich mein Wunsch. Und wir haben das mehr als perfekt umgesetzt, also wirklich übertroffen. Auf alle Fälle. Kann man wirklich immer wieder unterstreichen. Jetzt, wer noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, Homepage natürlich, klar, die gibt es. Und Social Medias, wo bist du überall zu finden? Überall würde ich sagen. Bei Instagram, bei Facebook. Ja, ich habe einen YouTube-Channel. Ich denke mal, da kann ich auch in Zukunft mal ein paar Videos machen. Die Menschen haben immer viele Fragen. Da habe ich mir schon gedacht, dass ich so eine Frage-Antwort-Video abdrehe. Genau, jetzt mal schauen. Also es wird noch so langsam gestartet, aber Facebook, Instagram ist auf jeden Fall. Auf alle Fälle, genau. Und apropos YouTube, da gibt es auch ein interessantes Musikvideo, was ihr in Las Vegas gedreht habt. Warum gerade Las Vegas? Weil mein Manager und Produzent der Olli einfach ein verrückter Typ ist, darum, er hatte die Idee und er wollte halt etwas ganz Spezielles machen, was auch noch kein Newcomer oder überhaupt kein Schlagersänger gemacht hat und hatte die Idee, weil der Song ja auch Ich will nur spielen heißt, dass wir das in Vegas drehen. Genau, es war so die Assoziation und es war einfach nur echt eine verrückte Idee. Also ich habe es auch nicht geglaubt, dass wir fliegen und irgendwann waren die Tickets gebucht und ich habe Klamotten dafür bekommen. Ich dachte, okay, wir fliegen wohl echt und es war echt verrückt. Es war ja auch für mich das erste Mal Amerika. Ich war ja noch nie da, dann gleich Las Vegas, was ja auch echt nochmal verrückter ist, glaube ich, als der Rest von Amerika. Ja, es war richtig cool. Also die Erfahrung meines Lebens. Und gespielt hast du? Wir hatten keine Zeit. Ich habe dann am Flughafen noch ganz kurz, habe ich gespielt und ich habe ein bisschen was gewonnen. Okay, okay. Zumindest an Erfahrung, gell? Ja, das auch sowieso. Sehr gut. Also die Termine und wo du überall die nächste Zeit bist, kann man natürlich alles auf deiner Homepage nachlesen, denn ich denke mal, alles auswendig weiß man eh nicht. Nee, ich sowieso nicht. Ich kenne die ganzen Orte leider nicht. Das bessert sich jetzt schon. Ich bin ja schon öfter in der gleichen Gegend oder lese es dann auf dem Schild, aber so auswendig sagen kann ich es nicht. Und wissen, wo das liegt, tue ich dann leider auch nicht. Deswegen auf der Homepage. Genau, da reinschauen. Wir wollen jetzt gar nicht dich so lange hier mehr festhalten, entlassen dich in den Restsonntag und wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft vor allen Dingen auch und dass es wirklich so weitergeht, wie es du dir wünschst. Vielen lieben Dank, Frank. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute für dich und ich hoffe, wir sehen uns einmal wieder. Genau, bestimmt.